Hallihallöchen und herzlich willkommen wieder zurück beim Einzigwarenseher hier auf YouTube. Was geht ab? Nun starten wir mal wieder richtig hardcore durch. Die Thematik kennt ihr alle und jeder muss sich wahrscheinlich so am Kopf fassen und sagen, nein, wieso schon wieder dieses Thema? Wieso? Alter, ich werde immer davon... Ganz, ganz schlimm betroffen. Es geht wieder um Freirum Reh und Schuyokas Klaus-Nasen-Interview auf der TinCon. Kuchentalks 863. Ich habe das Ganze auch mal selber angeschaut und wow. Also, wie gesagt, wenn es nicht auf die Thematiken angeht, so mit Tim und allem Möglichen und mit Gaming und alles Mögliche, passt das sogar. Kann man gerade noch so lassen, aber sobald es um Themen sind, wo sie selber so richtig involviert sind und auch ein bisschen negativ, da wird es dann schon ein bisschen küncher. Und jetzt kommen wir natürlich zu Tim seinem Video, auf das wir uns natürlich gefreut haben. Und übrigens, Tim, wo ist der Diss-Track? Auf den warten wir alle, Alter. Mach jetzt mal hin, ey. Der hat uns einfach einen Diss-Track versprochen und wir haben schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Wir brauchen den. Wir müssen den permanent als Klingelton anhaben, falls jemand noch Anrufe bekommt und auch noch ein Handy auf laut hat. Also, MyRealTalk, Leute, bitte einmal den Abo-Button klicken, falls ihr euer Handy auch immer auf Stumm oder Vibration habt. Ich habe es immer nur auf Stumm eigentlich. Ganz selten mal auf Vibration, wenn ich einen Anruf erwarte. Aber niemals auf laut. Niemals auf laut. Wer macht das heutzutage noch? Also, MyRealTalk, du hast dafür WhatsApp und ganz schlimm vielleicht sogar Sprachnachrichten. Also, warum anrufen? Sprachnachrichten reichen ja vollkommen. Nichtsdestotrotz, unten in der Beschreibung seht ihr auf jeden Fall wieder das Original-Video. Könnt ihr auf jeden Fall hinklicken und die Wortschreiben natürlich auch gönnen. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's los mit KuchenTV. Ratchet 1.0. Wow, das war so schlecht. Ich weiß, sorry. Musik geht aus. Haya war das gerade von Glarit. Nur, falls ihr euch das interessiert. Tinkon, hier das versprochene Video zu dem Auftritt von Chuyoka und Freiraum Reh beim eben genannten Format. Die haben dort übrigens zu dritt geredet. War so auch eine Streamerin mit dabei. Die lasse ich aber raus, weil erstmal hat die jetzt nichts Schlimmes gesagt. Außerdem kann sie ja auch am wenigsten dafür, dass die anderen beiden jetzt nicht gerade intelligent sind. Die Tinkon war übrigens schon... Uff, fiese Aussage. Vielleicht sind sie intelligent, bloß in anderen Bereichen. Aber das, was sie da raushauen, wirkt wirklich weniger stark. Muss man so sagen, ja. Ich meine, das ist heilig beängstig ein TikTok. Am Anfang Juni, das heißt auf die Aktion... Übrigens, ich bin immer noch bei Freiraum Reh gesperrt. Aus nicht ersichtlichen Gründen. Ja, ich mache Abos zu meinem Witz. Aber im Chat selber war ich trotzdem friendly as fuck. Und ja, wurde trotzdem für einen Witz mit Bestätigung ihrer Aussage gesperrt. Das ist schon sehr, sehr weird. Also ja, freie Meinung und man akzeptiert das alles. Und ja, schön, dass man es einfach ohne Sinn und Verstandes macht. Ja, Safe Space. Toll. Ich habe kein Safe Space mehr. Danke dafür. Aktuellen Dinge, die gerade passieren konnten, die da logischerweise auch nicht drauf eingehen, ist aber auch egal, weil dadurch zeigt sich halt noch besser deren Doppelmoral. Am Anfang möchte ich aber eine Sache klarstellen. Zusammenfassend, bei irgendwem kickt die Misogynie mal wieder. Ja, und das ist absolut richtig. Dieses Video entsteht logischerweise einfach nur aus Frauenhass. Nicht, weil ich die Dinge einfach kritisieren möchte, sondern wirklich, weil ich Frauen einfach nicht mag. Das muss man auf jeden Fall nochmal hier richtig stellen. Du bist ja männlich aufgewachsen, deswegen kannst du auch keine, kannst du auch nicht nachempfinden, wie eine Frau tickt und so. Also du hast ja gar keine Wahl, als gegen Frauen zu schießen. Kann ich absolut verstehen. Ich meine, ich habe von SWR eine Werbedinger gesehen von 1958 war das? 58, ja. Da gab es die Unfrage an Männern, ob sie ihre Frauen fahren lassen würden oder Führerschein oder irgendwie sowas. Und alle Männer, ich bin dagegen, ich bin dagegen oder nur unter Aufsicht. Ganz ehrlich, die Zeit damals war wirklich heftig. Also verstehe ich nicht. Also lasst doch die Frauen fahren und am besten ganz weit weg von euch, dann stören sie euch nicht mehr. Oh, der war auf jeden Fall richtig schlecht. Nein, aber ganz ehrlich, macht gar keinen Sinn. Man kritisiert, weil man den Menschen kritisiert, nicht das Geschlecht selber. Dass man halt Witze darüber macht, als Klischee, kann man machen, muss man aber nicht. Nicht jeder feiert das. Aber man sollte es offensichtlich kennzeichnen, dass es ein Witz ist. Übrigens, ich habe hier eine scheiß Fliege drin. Die geht mir auf den Keks und ich habe keine Kekse da. Erstmal gesehen habe, habe ich einen kritischen Kommentar geschrieben. Ich habe dann auf meinen zweiten Account gewechselt und komischerweise war der Kommentar einfach gar nicht mehr da. Und es waren auch die ganze Zeit nur drei Kommentare. Nachdem ich dann drauf reagiert habe, haben sie die Kommentare dann komplett deaktiviert. Natürlich, weil sonst könnten alle Rechtsradikalen und Konservativen da drauf gehen und jetzt hier starten. Die Dislikes sprechen aber auch irgendwo für sich. Auch wenn das natürlich nicht ganz akkurat ist, aber der Bruchteil müsste, glaube ich, stimmen. So wird damit Kritik umgegangen. Finde ich auch sehr, sehr gut. In dem Video geht es auch um den Computerspielepreis, den Shoyoka absolut verdient gewonnen hat. Dazu sagen sie am Anfang erst mal das hier. Du machst natürlich Gaming-Content auf Twitch. Du redest aber auch über Politik. Du hast den deutschen Computerspielpreis 2023 bekommen. Und ich weiß ja nicht, wer den... Ja, richtig, das kann man erst mal stehen lassen. Oh yes. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt klatschen sollte, weil der Preis hatte halt eigentlich nur Nachteile für sie. Aber ich... Ja gut, das wissen ja nicht alle. Das muss man dazu sagen, nicht jeder weiß das. Wenn du es so hörst, ohne Kontext, klingt doch wirklich gut. Ja? Du weißt ja, du kennst ja nicht die ganze Story manchmal, ne? Ich kenne das Klatschen für mich einfach mal an, weil mir hat das tatsächlich einiges gebracht, das sie da gewonnen hat. Hier fragen ganz viele Leute, warum habt ihr Stress mit Monte? Nee, Stress hat niemand hier mit Monte. Monte kennt mich nicht. Ich hab gar nicht mit Monte. Ich auch nicht. Das stimmt. Sorry, Pia. Ah, ja, Freiraum-Re. Das ist auf jeden Fall ganz schlecht gealtert. Aber was sagt Shoyoka eigentlich dazu? Du, alles gut. Ich glaub nicht, dass ich wirklich Stress mit Monte habe. Also zumindest glaub ich, dass zu Stress zwei Leute gehören. Und ich hab nicht wirklich was bis jetzt oder nicht viel dazu gesagt. Ähm, ich glaub einer der Punkte... Bei Streits gehören zwei Leute dazu. Stress kann man auch so erzeugen, ohne dass man eine zweite Person da ist. Also, das ist schon ein kleiner, feiner Unterschied. ...Punkte, warum er wahrscheinlich auch ein Problem mit mir hat, ist, ich hab einen deutschen Computerspielpreis gewonnen. Aber ich hab nur 48% Gaming letztes Jahr auf meinem Twitch-Channel. Wie gesagt, ähm, diesen Kommentar hab ich auch schon mal gesagt. Und zwar hat sie die Punkte einfach nicht mitgenommen, worum es wirklich ging. Es ging nicht darum, dass natürlich, klar, das wurde als Punkt angebracht mal, dass sie auch verhältnismäßig relativ wenig Gaming hatte. Im Gegensatz zu den anderen. Liegt natürlich daran, dass sie auch politisch ja was macht, was uns allen irgendwie nicht richtig bekannt ist. Zumindest nicht offensichtlich ist. Aber es gab ja noch mehr Kritikpunkte, viel mehr Kritikpunkte, die eher darum... Naja, das war ja eher das wichtigere Augenmerk darauf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, gleich kommt Tim in seine Aussagen, weil so... McKinney, jetzt kommt die Argumentation, was war das damals? Ähm, es geht um, ja, die Politik, dieses Offenlegen, dieses, ähm, wie sagt man, Transparenz. Ich glaub, das war auf jeden Fall einer der Punkte. Und in anderen... Gab's da noch mehr Punkte? Ich weiß es grad gar nicht. Das ist schon ein bisschen länger her, deswegen... Wir müssten eigentlich das Video mal kurz anschauen, aber... Nein. Beweise haben wir geniegen. Wir können jederzeit das aufzeigen. Eine gewisse Schölde. Okay, hat er aber nie Beweise dafür. Nein, 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 nein. Das sind einfach nur Aussagen. Ohne irgendwas. Gut, jetzt in dem Fall kann man es auch schlecht gegenbeweisen, weil man ist auf der Bühne und redet einfach. Aber es ging ja nicht hauptsächlich um diese Stundenzeit an Gaming. Ja. Sie haben vielleicht meinen YouTube-Channel vergessen, wo auch noch 300 Videos sind. Das kann man vergessen. Und ganz ehrlich, wenn's um die Zeit geht, würd ich doch lieber einen Eritus. Ja. Würde ich lieber ihn empfehlen. Der hat ein YouTube-Archiv von Gaming. Der hat da fett Stunden drauf. Aber so richtig ordentlich. Da sieht Chuyukas Channel wirklich mickrig aus. Aber die Zeit macht's eigentlich auch nicht aus. Es geht ja wirklich um eine Game Award. Für mich heißt Game Award etwas, was wirklich mit Gaming zu tun hat. Entweder eine hochgradige Leistung, etwas ganz stark Besonderes, was einen von den anderen abhebt. Und was Gaming angeht, hat Chuyukas nichts nennen, wer hat das gemacht. Was politisch angeht, ist zumindest nicht offensichtlich. Er steht nirgends wo irgendwas, was sie denn jetzt politisch so krass gemacht hat, was diesen Gaming Award verdient. Das steht ja nirgends wo da. Das ist ja dieser Kritikpunkt. Aber nein, sie schafft es mal wieder, komplett falsche Aussagen zu bringen. Aber, ja, gut. Übrigens, diese Timcon war ja vor dem ganzen, ganzen krassen Shit, ne. Muss man nochmal dazu sagen. Man, vielleicht auch über 400 Stunden Gaming und über 80 Spiele, aber jo. Also erstmal, Monte hat ja kein Problem mit dir, nur weil du diesen Preis gewonnen hast. Er findet halt einfach, dass es nicht verdient gewesen ist. Und das hat er in dem Video auch gesagt. Das ist jetzt ja kein Beef oder sonst irgendwas. Aber ziemlich komisch, weil wenn du doch so neutral zu ihm eingestellt bist, warum hast du ihn dann überall blockiert? Also ich meine, man sagt ja nicht, hey, ich habe gar kein Problem mit dir, aber du wirst geblockt. Das liegt darin, weil er dich jetzt Bro nennt, wahrscheinlich. Und das kommt nachher bestimmt auch noch, weil ich glaube, den Haustuch hast du dir bestimmt auch genommen. Da ging es um von wegen, irgendwie mit Bro und 6 von 10, aber er nennt dich KuchenTV als Bro. Oh, das hast du hundertprozentig drin. Das war so lächerlich eigentlich, die Aussage. Deswegen. Aber wahrscheinlich genau das ist der Grund. Ihr seid jetzt irgendwie voll dicke und deswegen muss man natürlich alles sperren, was mit dir dicke ist. Mich hat sie noch nicht gesperrt. Ich sehe schon den Fehler. Das Ding ist auch, dass sie unsere komplette Argumentation links liegen lässt und nur auf diesen kleinen Minipunkt eingeht, wo wir mal gesagt haben, dass sie nicht allzu viel zockt und jemand anderes den Preis vielleicht mehr verdient hätte. Sie wurde ja für ihr politisches Engagement nominiert, weil sie... Wo steht es? Neben unterhaltlichen und kurzweilen Gameplay-Streams über jegliche denkbaren Genres hinweg, bietet sie ihren Community auch regelmäßig spannende und informative Gesprächsrunden. Dabei scheut sie unangenehme und sensible Themen keineswegs, sondern spricht sie offen an, priorisiert sie sogar, diskutiert konstruktiv mit ihrer Community und bietet Lösungen und Hilfestellungen an. Ob Diversität, Rechtsradikalismus, Mentale Gesundheit, Sexismus oder den Beruf Influencer in... Die Bandbreite an Themen ist breit gefächert. Voller Empathie erklärt sie aktuelles Sachverhalt, brilliert mit tiefgründigem Fachwissen und schafft es, zielgruppengerecht zu kommunizieren. Wie gesagt, tiefgründige Fachwissen, bis jetzt aktuell haben wir alles wiederlegen können, was sie jemals behauptet hat, von wegen Studien und NTC. Also da würde ich jetzt noch nicht einen Punkt geben. Diversität, Rechtsradikalismus, da weiß ich natürlich nicht, wie genau sie darauf eingeht. Das kann ich jetzt natürlich nicht schlecht beurteilen. Im Grunde würde ich jetzt aber auch fast sagen, abgesehen von diesem Rechtsradikalismus und vielleicht auch Sexismus, würde jeder auch da relativ offen drüber reden, wenn du ein Richtung Meinungsblogging gehst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen finde ich das jetzt auch, zumindest je nachdem, ich weiß nicht, wie stark sie das ausgeprägt hat und wie sie das macht, aber vom Verhältnis her ist das jetzt nicht etwas ganz Krasses herausragendes, meiner Meinung nach. Und ja, unangenehme und siebte Themen, ich glaube, selbst, weil du im Internet bist, brauchst du dich auch nicht mehr scheuen davor, weil schlussendlich hast du verloren, wenn du im Internet unterwegs bist, das weiß man ja. Das ist nämlich immer ganz, ganz heilig beängstigend, wenn man online ist. Das war ein Nieser. Man sollte übrigens als kleinen Hinweis eigentlich Niesen nicht unterdrücken, Leute, also denkt dran. ...die angeblich authentisch und transparent ist und sich für alle möglichen Dinge einsetzt, von denen ich halt Realtalk, also jetzt kein Front oder so, noch nie irgendwas mitbekommen habe, aber anscheinend setzt sie sich dafür ein, wir nehmen das mal so hin. Sie ist aber weder transparent noch authentisch, außerdem bei der Hogwarts-Legacy-Thematik hat sie auch einer Trans-Person einfach ihre Meinung abgesprochen. Der beste Take auch von ihr. Das ist der beste, beste Take von ihr. Und das, ich verstehe es nicht. Ich bin trans und spiele und liebe das Spiel. Ja, ich bin jetzt vor ihr, äh, vor ihr, ne, also hinter meiner Cam ist ihre Cam, ne, also denkt dran. Ich erspare euch nur den Anblick. Zinker, das war offensichtlich ein Witz. Liebe das Franchise über alles, es hat mir das Leben gerettet, weil es für mich die Zuflucht vor dem ständigen Mobbing war. Danke für deine Worte. Ich hab schon ein paar Antworten dazu im Chat. Mit welcher Analogie vergleiche ich das immer? Wir haben's schon ein paar Mal gemacht. Woman for Trump. Woman for Trump, ja. Genau das. Ist jetzt nicht gerade inklusiv oder Diskriminierung, wenn eine Trans-Person sagt, dass es in Ordnung ist, das Spiel zu spielen und du sagst, nee, Digga, das ist Woman for Trump, also die weiß gar nicht, wie schlimm sie hier diskriminiert wird. In meinen beiden Videos zu Hogwarts-Legacy am Anfang habe ich auch noch 50 andere Gründe genannt, warum sie den Preis eigentlich nicht verdient hat. Gefühlt 50, ne. Darauf wird aber komischerweise gar nicht eingegangen. Und deswegen bin ich jetzt quasi keine Gamerin mehr und mich erinnert das ein bisschen an eine Debatte, die ich mit 14, 15 damals geführt habe. Also, als ich in der Schulzeit gezockt habe und die ganzen gleichaltrigen Jungs immer gesagt haben, oh, du bist aber ein Mädchen, du kannst gar keine Gamerin sein. Alter, kannst du dir nicht vorstellen? Kannst du dir nicht vorstellen? Darum ging es von Anfang an nicht. Und was sie jetzt hier draus macht, ist einfach ein schönes, einfach um da hier nochmal darzustellen, ja, ich bin das Opfer. Wie immer das Gleiche. Wie immer das Gleiche. Und ich glaube, warte mal, wie alt ist nochmal Shuyoka? Ich glaube, sie war 25, er ist 25, Entschuldigung, auch mit Vergangenheitsvorragung. Wobei es kann auch sein, dass sie jetzt 26 geworden ist oder auch 25 und war 24. Ich glaube, 25 war das. Das sind sieben Jahre. Das kann schon einiges ausmachen von wegen Gamer. Also, auch weibliche Gamer. Gut. 1998 war es zwar auch noch nicht so extrem, aber da gab es schon mehr. Gut, jetzt mit 2004, 5, 6, 7. Wobei, 98. Rechnen wir jetzt natürlich auch noch dazu, dass man natürlich auch als Kind dann irgendwann spielt. Wir gehen jetzt davon aus, wann kriegt man so ungefähr sein erstes Handy, seine erste Konsole, so mit zwölf. Nun, das heißt dann, das war 2010. Damals war das dann nicht mehr so extrem mit dem, ja, Mädchen dürfen nicht zocken oder können nicht zocken oder was auch immer. Das ist halt auch schon wieder so extrem dargestellt, meiner Meinung nach. Meine Meinung. Ich bin ja männlich aufgewachsen, ich weiß es nicht. Ich habe ja nur mit den ganzen Mädels selber gezockt. Also, gut. Ich kann es nicht verstehen. Niemand hat es ihr abgesprochen, dass sie keine Gamerin ist. Also, natürlich ist sie eine Gamerin. Sie zockt, das haben wir halt nie behauptet. Trotzdem bin ich... Natürlich, sie sucht ja sich einen Grund einfach für sich, um wieder halt als Opfer darzustellen. Ich der Meinung, dass der Preis als Spieler oder Spielerin des Jahres an eine Person gehen sollte, die halt im Gaming viel erreicht hat. Die anderen vier wurden ja tatsächlich für ihre Leistungen im Gaming nominiert. Beispielsweise der FIFA und der Dota 2 Weltmeister. Wie möchtest du das Ganze denn aufwiegen, wenn du auf der einen Seite einen FIFA-Weltmeister hast und auf der anderen Seite eine Person, die halt irgendein politisches Engagement gemacht hat? Ähm, und dazu kommt, wie gesagt, ich glaube, auch Gnu wurde nominiert. Ich bin mir gerade da nicht sicher. Und die hatte weitaus mehr Spielzeit zum Beispiel auch wieder. Also, wenn man es auch da noch runterbricht. Wenn man auch wirklich nur penibel auf dieses Thema gehen würde. Und Gnu ist jetzt nicht ein Mensch, wo komplett die ganzen Themen auch nicht bespricht. Also, die kann man auch offen reden. Zumindest wirkt das immer so, auf jeden Fall. Ich war bei ihren Streams nie dabei. Oder bei einem Channel oder was auch immer. Aber, game-technisch haben sie auf jeden Fall alle drei mehr gebracht. Und sind herausragender als für Joke. Das heißt, sie hat ihr politisches Thema. Das heißt im Grunde nur, das wiegt jetzt mehr. Sie hat Gaming, alles weit drunter. Aber dafür ist politisch halt viel krasser bewertet. Und somit kriegt sie den Preis. Deswegen schon, man kann ja daran zweifeln. Das ist ganz normale, konstruktive Kritik übrigens. Man hat hier konstruktive Kritik geleistet. Bitte hier, warum ist das so? Erklärt uns doch mal das. Das ist nicht schlimm. Das ist eine Frage, die man haben möchte. Erklärt haben möchte. Und wenn das halt keiner drauf eingeht. Dann fühlt man sich halt gleich angegriffen in der Hinsicht. Weil man dann nochmal fragt. Und nochmal fragt. Wie gesagt, ich finde auch etwas seltsam. Da steht zwar drin, warum sie nominiert wurde. Aber welche Gewichtung oder wie diese Referenz so ist. Und alles mögliche. Da steht nicht drin. Also finde ich auch diesen Preis dadurch selber auch etwas Zweifelhaft. Weil es hat ja nichts offensichtlich mit dem Gaming zu tun. Das heißt, der politische Teil muss überwägen. Da müsste man dann aber genauer hingehen. Beim Gaming ist ja einfach. Zwei Leute sind Weltmeister. Das ist eindeutig eine herausragende Leistung, die offensichtlich erkannt ist. Und die kann man auch schnell mal nachgugeln und alles. Bei Shoyoka wird es schon schwieriger. Ich wüsste jetzt nicht, wonach man googeln sollte. Shoyoka, politische Themen. Was kommt dabei raus? Könnte ich jetzt natürlich machen. Bringt aber nichts. Da bringt einfach nichts. Gerne, wenn sie irgendwas herausragendes gebracht hat, politisch. Und ihr wisst das. Schreibt mir irgendwo eine DM. Ich lese es nach. Ich revidiere gerne die Aussage, dass sie politisch doch viel gemacht hat. Aber so aus dem jetzigen Augenschein her nicht viel. Was wir einfach nie erlebt haben. Und natürlich gibt es ja auch immer welche Aussagen ohne Sinn und Verstand. Ohne Beweise. Ohne irgendwas. Ich sage nur, der Äqualist. Naja, ziemlich offensichtlich. Ich meine, da hat sie ja absolut einwandfrei argumentiert. Also du kannst ja gar nicht vergleichen, was jetzt mehr wert ist. Es macht gar keinen Sinn, den Preis für zwei verschiedene Sachen vergeben zu wollen. Sie reden auch über mich ganz kurz im Interview. Für dich habe ich einen kleinen Spicy dabei. Ich weiß nicht, ob gleich Leute wissen, worauf ich anspiele. Guck, also das wissen nicht alle wegen KuchenTV. Das ist eine 6 von 10 und er nennt KuchenTV Bruder. Was machen wir? Ja, das ist jetzt nicht so. Also ich glaube, dann wäre es für mich eher so eine 2. Hey, voll nett trotzdem. Ich finde aber, das zeigt ja einiges aus über diese freie Meinung, freie Welt. Alles sind gleichberechtigt. Das widerspricht eigentlich. Weil nur weil du mit jemandem super cool bist, den du selber nicht ausschönen kannst, heißt das nicht, dass du selber mit dieser Person absolut gut sein kannst. Muss man überlegen. Also, es macht halt überhaupt keinen Sinn. Stell dir mal vor, du lernst jetzt, nee, jetzt einfach ein Beispiel. Jojoka lernt jetzt einen Typen kennen, den er absolut cool findet, mit dem er absolut harmoniert, richtig geiler Dude und verliebt sich voll. Und dann, äh, und es ist halt eine 6 von 10. Also, außen technisch hier vielleicht nur eine 6 von 10, aber es geht ja auch um die inneren Werte, Leute. Denkt dran. Klar, Äußere muss auf jeden Fall stimmen, aber wenn die inneren Werte nichts gescheites sind, wird auch niemals eine gute Beziehung entstehen. Aber weißt du, verliebt sich, aber dann kriegst du eben erst so nach einem Monat oder so mit, oh, eigentlich ist der ja voll cool mit KuchenTV. Nein, sorry, du nennst KuchenTV Bro, verschwinde. Dich will ich nicht im Leben haben. Sorry, aber das finde ich absolut weird. Absolut weird. Sollte nicht immer die Liebe größer sein als der Hass. Tja. 2, also das ist trotzdem noch, da ist ja was da, das ist gar nicht mehr so gemeint. Ja, also bei 2 ist zumindest eine Substanz da, mit der man nur arbeiten kann. Ja, voll, sehe ich, kann ich das. Aber das liegt auch daran, dass ich Bruder generell ganz toll finde, den anderen Part jetzt nicht so. Ja, okay, verstehe. Dieses peinliche Lästern, ah ja, KuchenTV ist ja so blöd, oder? Aber anscheinend hat Kalle mich Bruder genannt, weil sie hat ja dann später auf jeden Fall Schluss gemacht. Ich finde... Den Witz hätte ich jetzt persönlich nicht gebracht. Ich weiß, das war offensichtlich ein Witz, aber ich finde, dieser Witz könnte gegebenenfalls schon etwas unter der Gürtellinie sein. Weil du weißt nicht, was dahinter war, ob es da wirklich alles so rein war oder was auch immer. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier hätte man den Witz wirklich vielleicht ein bisschen zurückhalten sollen. Manche finden ihn witzig. Ich fand ihn jetzt nicht so. Ich finde das Ganze halt so unangenehm. Weil das ist übrigens die Ex-Moderatorin von Mitreden, die ich ja auch schon das öftere Mal kritisiert habe. Und wahrscheinlich ist das jetzt ihre Möglichkeit gewesen, mich endlich mal zurückzufronten. Und sie hat es mir so richtig gegeben. Ich finde es... Naja, das ist einfach danach einfach nur noch... Emotional, damn it! Es ist halt wirklich lustig, dass da beide so komisch gegen mich rumzicken. Aber auch die nächsten Aussagen werden nicht besser. Ähm, also erstmal natürlich, darüber müssen wir gar nicht reden, dass weibliche StreamerInnen anders behandelt werden als männliche Kollegen. Und das ist das geisteskranke, was ich gehört habe. Weibliche StreamerInnen. Das Gendern ist so, dass du schon... Ah! Gottfried, ich bin auf jeden Fall auch bei dir schon am Start. Ich habe nur diesmal heute keine Benachrichtigung gegeben. Aber danke dafür. Für deinen Support immer wieder. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nee, aber weibliche StreamerInnen. Hört euch das mal an. Sorry, aber es ist schon wirklich unangenehm, englische Wörter zu gendern. Wirklich unangenehm. Weißt du, deutsche Wörter zu gendern ist schon sehr grenzwertig. Kann man akzeptieren, wenn es nicht wirklich irgendwo als... Es gibt keine Regel dafür, aber kann man noch gerade so akzeptieren, wenn es nicht überhand nimmt. Und englische Wörter zu gendern, finde ich schon sehr, sehr creepy. Ich mache es auszusehen auch immer, weil ich es schon so oft gehört habe, dass es schon irgendwie im Kopf leider ist. Ich sage auch immer StreamerInnen. Macht halt keinen Sinn. Oder StreamerInnen, sage ich hier. Oder Streamerin. Aber eigentlich heißt es ja, wenn ein weiblicher Streamer. Das ist das korrekte, die korrekte Aussprache. Aber weibliche StreamerInnen, das ist so doppelt gemoppelt. Und also, ja, dann irgendwie fühle ich mich doch dann da absolut getriggert, weil es ist scheiße. Das ist scheiße, Leute. Damit zerstört man irgendeine Sprache halt. Ihr merkt schon, ich sage ja selber StreamerInnen. Das sagt schon einiges darüber aus, obwohl das gar keinen Sinn macht. Obwohl das absolut kein... Es macht einfach keinen Sinn. Es steht nirgendwo geschrieben. Es gibt englische Wörter, die werden nicht als weiblich noch ausgedrückt. Das heißt Gamer, Streamer, Influencer. Das sind alles englische Wörter, die du dann nicht mehr als weibliche Form ausdrücken musst. Weil das beides inkludiert ist. Deswegen sehr, sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Aber es ist auch Fakt, dass Leute dann versuchen, Menschen zu diskreditieren mit so, ja, aber die spielt ja gar nicht nur oder so. Und das ist ja dann, sei ja ein Grund dafür, irgendwie als jemanden als weniger erfolgreich oder cool auf Twitch so zu nennen. Und ich denke mir immer so, wie lächerlich ist das, weil die Plattform dafür da ist. Und das ist euer Job. Und deswegen macht ihr das halt auch gut, weil ihr diese Spanne schafft von, ne, es ist eine Plattform, auf der Gaming passiert. Und deswegen kommen viele dazu. Aber die Plattform will das halt ja auch über Themenquatsch. So, ja, natürlich muss das Teil davon sein. Hä? Seit wann ist es denn auf Twitch uncool, wenn man kein Gaming macht? Ich habe einfach mal auf der Twitch-Statistik-Seite geguckt und die beliebteste Kategorie ist tatsächlich auch Just Chatting. Also, es... All other games combined, okay. Combined heißt es, glaube ich, kombinat. Mein Englisch manchmal auch absolut grottig. League of Legends ist immer noch so riesig. Junge, Junge, Junge. Und ich habe, witzigeweise, jetzt gerade wieder angefangen. Ich habe gerade wieder League of Legends angefangen. Oh, ich habe es auch Aram gerade. Ich habe mich heute den ganzen Tag voll getriggert. Zumindest ohne Made Outfit. Ja, du, ganz ehrlich. Ihr kennt meine Ideologie. Unter 100k Abonnenten. Wir reden hier auf YouTube, ne. Bei Twitch wäre das natürlich auch gerne gesehen. Also, wenn ihr Bock habt und zu viel Geld habt, ihr wisst ganz genau, wo ihr Prime-Abo verschenken könnt. Sorry, ich muss jetzt einfach die scheiß Karte ziehen. Aber unter 100k Abonnenten kein Made Outfit. Ihr wisst Bescheid. Aber ganz ehrlich, League of Legends ist heute den ganzen Tag gesuchtet. Warum auch immer. Ich wollte bald nur das Gate zucken. Aber nein. Irgendwie hatte ich dann plötzlich angefangen mit League of Legends. Das Spiel lässt nichts los. Seit Jahren. Immer mal wieder zieht es mich voll zu... Lol, einfach. Lol. Es ist heutzutage vollkommen normal, auf Twitch kein Gaming zu machen, sondern halt irgendwelche Events oder einfach nur zu quatschen oder irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr in 2015 lebt oder so, aber das ist nicht mehr aktuell. Also entweder hat die halt wirklich überhaupt gar keinen Plan. War 2015 wirklich alles noch Gaming? Ich weiß gar nicht, wann sich die Plattform etwas gewendet hat. Ich hätte natürlich auch anfangen sollen, bevor Corona kam. Ich hätte eigentlich schon 2019, 2018 anfangen sollen mit Streamen. Aber nein. Damals war ich noch zu unsicher mit mir selber. War schon gut, dass ich mir die Zeit genommen habe für mich. Oder das soll so ein indirekter Front nochmal gegen uns sein, wegen diesem Preis. Ich verstehe das nicht so ganz. Leider reden sie in der Folge auch über das Gendern. Eine ganz schnelle Frage, weil die ruhig gestellt werden darf. Bitte nur eine kurze Antwort, weil so wichtig ist es gar nicht. Ist Gendern wirklich so wichtig oder findet ihr es ein bisschen übertrieben? Wurde oft geliked. Findet ihr es wichtig oder nicht? Sagt sie sich über eine Frage, wo sie sagt, es ist nicht so wichtig. Eigentlich im Grunde, dieses Gendern kommt ja nur daher, weil sie selber diese Sprache verwenden. Also im Grunde ist das Thema ja schon wichtig, weil sonst es gab keine offizielle Abstimmung. Nichts wurde irgendwie gesetzlich verankert damit. Es gibt nirgendwo irgendwo eine Grundlage darauf, dass diese Schriftform existiert. Es gibt nichts dazu. Es wurde einfach so beschlossen, ja jetzt machen wir das ganz einfach und dann Ende. Ja, schön. Ohne Sinn und Verstand irgendwas einfach durchzusetzen. Ist schon rechtswidrig, finde ich. Also muss man schon sagen, rechtswidrig ist jetzt die falsche Form dafür. Sondern eher ignorant über jegliche Art von Regelung. Regulierung. So, ich glaube, das trifft es besser. Oh, Mann. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass sie sagt, dass das ja kein großes Thema ist, obwohl es eben doch ein großes Thema ist. Weil es einfach eine Riesenänderung unserer Sprache ist. Aber gut, vielleicht hat sie ja auch gute Argumente dafür. Ich finde es eher schade, dass das dann in jedem Chat auch drin steht. Oder dass Leute voll Bock haben, darüber dann noch so zu diskutieren, als wäre das eine Entscheidung, die halt übertrieben groß ist. Also ich finde das jetzt so, bei jeder Person dann so direkt zu kommentieren, besonders halt bei den Menschen oder besonders bei weiblichen CreatorInnen ist dann immer direkt so, oh voll nervig, bla bla bla. Aber deswegen, also anstatt so auf die Inhalte einzugehen. Weibliche CreatorInnen. Genau das ist das. Das kannst du nicht aufschreiben. Kannst du das irgendwo hinschreiben, damit es auch richtig aussieht? Nein. Das finde ich immer voll schade. Also erstmal wüsste ich gerne, wie sie darauf kommt, dass eher Frauen dafür kritisiert werden, wenn sie gendern. Die ganzen öffentlich-rechtlichen gendern ja auch, beispielsweise auch die ZDF-Instagram-Seite. Warum gendert ihr das Wort Schüler mit dem Bild und einmal in der Beschreibung mit Sterne und dann einmal mit der Beschreibung mit Doppelnennung? Das ergibt keinen Sinn. Tatsächlich müsste es einfach Schüler heißen. Und auch da wird das durchgehend kritisiert. Auch ein Hand of Blood, der ja die ganze Zeit gendert, hat schon mehrere Tweets darüber gemacht, wie ihn das aufregt, dass das Ganze kritisiert. Mein Bürovideo ist im Allgemeinen Trends gelandert, weshalb seit Release heute die Kommentare kommen und sich teils extrem darüber aufregen, dass ich gendere. Mir wird der Tod gewünscht, ich sei dem Staat finanziert, etc. Also man wünscht niemand was Negatives. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal, welche Situation. Du wünschst niemandem was Negatives. Ansonsten kommt es like JD, point, flip vom Anwalt. Das kommt zurück. Seht davon ab, so negativ zu sein. Ihr könnt euch kritisieren darüber, ihr könnt euch ein bisschen aufregen darüber, so wie ich jetzt gerade über dieses Thema aufrege, aber ihr wünscht keine andere Person was Bösartiges. Und vor allem nicht auf diesem Niveau. Die soll vielleicht, wie heißt das immer, die soll das Ärmel runterrutschen, während du deine Hände wäschst. Ist natürlich witzig gemeint irgendwo auch. Darum geht es hier nicht. Es redet hier um wirklich Tod wünschen, Krankheit wünschen. Sowas Extremes. Sag mal, tickt ihr noch richtig? Alter. Also ganz ehrlich, egal welche Person ich schon getroffen habe. Und ich habe schon so auch dementsprechend Leute gehabt, die... Ich wünsche nicht mal den Leuten, die mich gemobbt haben, sowas. Und ganz ehrlich, ich glaube, es geht auch vielen anderen so. Jeder, der über sowas verstehen kann und sich nicht sagt, hier, ich wünsche dir den Tod oder Krankheit oder deine Familie oder was auch immer. Wer da drüber steht, der ist auf jeden Fall ein guter Mensch. Und jeder, der das hier gemacht hat und hier irgendwas wünscht, was Bösartiges, der ist ein schlechter Mensch. Der Löffel soll in die Milch fallen. Oh ja, der ist gut, der ist gut. Der gefällt mir. Viele Menschen haben eine Geschlechtsidentität, die von ihrem biologischen Geschlecht abweicht. Dort geht es um Geschlechtsempfinden oder es an körperlichen Gegebenheiten nach der Geburt festzumachen. Diese Menschen erfahren oftmals aus diversen Gründen Diskriminierung. Indem ich Gender positioniere, ich mich solidarisch zu diesen Menschen, die in einer neuen Geschlechtsordnung erkunden. Ich leiste meinen Teil, damit die Sprache neutraler wird, wodurch automatisch Menschen oft nur über Geschlechtsrollen denken. Denn Sprache führt zu Anerkennung. Ist es nicht einfach leichter, wenn man sagt, hey, yo, Bro, wie geht's dir? Und dann sagt dein ehemaliger Bro halt, hey, sorry, ich fühle mich als Frau. Dann sagt, hey, sis, was geht ab? Ende. Statt dieses Gender-Sternchen-Dinger. Ich sage ja noch nicht GeschwisterInnen. Jo, GeschwisterInnen, was geht ab? Macht ja keinen Sinn. Freigendert hat schon mehrere Tweets darüber gemacht. Wer sprachlich unterrepäsentiert ist, verliert an Bedeutung. Ich habe Menschen als Freunde, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht nicht identifizieren. Dies beinhaltet viel Kampf mit sich selbst, mit anderen und täglich durchbeißen, weil sie aus der Norm fallen. Ich weiß unbekannte Wörter und etwas Neues im Sprachgebrauch. Ist anstrengend und überfordert stellenweise auch mein Gehirn. Ich kann euch aber sagen, dass es einem umso leichter fällt, desto häufiger man neue Wörter verwendet. Sprach verhandelt, existiert schon immer. Try it. Try it. Das ist aber wenigstens Englisch. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand genötigt wurde zu gendern oder deshalb gar beleidigt oder belästigt wurde. Stattdessen erlebe ich eben diese, seitdem ich gendere. Niemand zwingt euch das zu tun. Aber respektiert doch bitte meine persönliche Überzeugung. Danke. Okay. Wie gesagt, ich habe kein Problem, Leben und Leben lassen. Ich habe trotzdem das Gefühl, wenn man nicht gendert, in manchen Chats würde man dann ausgegrenzt oder sowas. Gefühl. Kann auch sein, dass ich mich hier irre. Wie ihn das aufregt, dass das Ganze kritisiert wird. Regendern ist nun mal einfach nicht beliebt. Egal, wer das Ganze macht. Jeder wird dafür kritisiert. Und übrigens, ich finde, hier müsste eine demokratische Entscheidung in einem demokratischen Land stattfinden. Und wenn die Mehrheit sagt, nein, dann sollte man das auch respektieren, dass man das nicht irgendwo in offiziellen Dokumente oder sonst irgendwas macht. Das heißt auch, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich dran halten. Das finde ich, weil wir finanzieren ÖR. Wir finanzieren sie. Und das heißt, wenn die Mehrheit sagt, nein, zu dieser Schriftform, dann heißt es nein, weil die Mehrheit doch bestimmt. Oder nicht. Ne? Wenn die es selber für sich im privaten Gebrauch verwenden, das ist doch egal. Aber es geht hier darum, öffentlich-rechtliche Medien, dass die das verwenden. Ohne Sinn und Verstand, wo sie selber nicht mal wissen, wo die Grenze ist. Wo es nirgendwo einen Nachweis darüber gibt, ob es irgendwo verankert wurde, in Duden oder was auch immer. Scheiß drauf, egal wo. Darum geht's. Mann. Das regt mich doch nur auf. Oder halt doppelt gemoppelt. Weibliche StreamerInnen. Das doppelt gemoppelt, nervt mich auch. StreamerInnen kann ich noch, damit kann ich gerade noch so leben. Auch wenn das englische Gender absolut scheiße ist. Aber damit kann ich noch leben. Ohne Probleme. Aber daran störe ich mich dann auch nicht. Klar, gekünstelt ein bisschen, gebe ich zu. Aber weibliche StreamerInnen, das regt mich schon auf. Es ist genauso wie männliche StreamerInnen. Das würde mich genauso triggern übrigens. Genau gleichwertig. Ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass es ja nicht mal eine feste Regel gibt. Es ist ja nicht in die deutsche Sprache integriert. Wie gendert man denn? Nutzt man einfach ein großes I, ein Sternchen, diesen Unterstrich oder irgendeine andere... Hähnchen-Innen-Filet. Hähnchen-Innen-Filet. Oh Gott. Es gibt halt nicht mal richtige Regeln dafür. Gendert man eingedeutschte Wörter oder lässt man das, wie zum Beispiel Follower. Also voll viele Fragen sind da ja auch offen. Einfach eine Sprache zu ändern, weil man ja super wowk ist und gegen Diskriminierung, obwohl Gendern gar nichts bringt, wird halt einfach kritisiert. Das hat nichts damit zu tun, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Mir ist ganz wichtig bei dem Thema, das wird nur so hoch gepusht, weil es vor allem von rechten Medien und rechten Parteien so hoch gepusht wird. Also wenn wir uns gerade... Klar, rechte Medien und Parteien, das möchte ich gerne mal als beweisen. Ich glaube, viele, viele Menschen haben sich schon darüber irgendwo gestört, weil es einfach keinen Sinn mehr macht irgendwann. Und ich bin mir ziemlich sicher, davon sind auch linke Leute oder die in der Mitte stehen oder überhaupt parteiisch, unpräzise oder was auch immer. Das kannst du doch nicht nur auf die Rechten schieben. Also Real Talk, irgendwo macht das ja keinen Sinn. Einfach mal kurz gebäsche ohne Beweis. Hat sie überhaupt irgendwas gesagt? Ne. ... hoch gepusht, weil es vor allem von rechten Medien und rechten Parteien so hoch gepusht wird. Vor allem. Das heißt, ich stelle es hier als Tatsache hin. Dafür müsste es jetzt Beweise geben. Also wenn wir uns gerade Tweets auf Twitter anschauen und da einfach mal schauen, wer redet über Gendern. Tweets auf Twitter ist natürlich eine absolute Safe-Quelle. Ist ja nicht so, dass man da auch trollen kann ohne Ende. Also es gibt, ich erlebe immer wieder, ich raffe manchmal nicht mal den Sarkasmus, weil die Leute das nicht offensichtlich herbringen. Nur Tweets zu verwenden, ja, ganz schlecht. Dann ist das die AfD und die CDU, weil es einfach als Stilmittel... Ist CDU komplett rechts? Oder ist es mitteorientiert? ...genutzt wird, sich über etwas aufzuregen, was, wie du so schön gesagt hast, nebenbei beiläufig laufen könnte. Was ist das für eine dumme, realitätsferne Aussage? Ja klar, die einzigen, die das irgendwie zum Thema machen, sind natürlich die AfD und auch die CDU. Ja man, ey, manche Aussagen, da kannst du eigentlich nichts mehr dagegen sagen, sondern nur lachen, weil... Gehirnplatz gleich. Bro, die Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise, die von uns bezahlt werden, versuchen seit zwei Jahren das Ganze gegen den Willen der Bevölkerung einfach durchzusetzen, indem... Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es da stand. Gab es mal eine Umfrage dazu, wie die Bevölkerung denn dazu steht? Ich bin der Meinung, man sollte die Endung in und innen aus der Sprache streichen und die Endung eher nicht mehr als maskulin, sondern als neutral betrachten. Du, ganz ehrlich, was machen, was? Achso, okay. Ehrlich gesagt, wie sie es machen, mir scheißegal, es soll einheitlich sein. Also es soll einheitlich sein, es soll irgendwo umgesetzt werden, aber es soll als Demokratie bestimmt werden, also als die Mehrheitsentscheidung. Das ist mir wichtig. Es soll die Mehrheit entscheiden, ob man das dann reinnimmt und wie, in welcher Form und damit es fest ist. Aber ganz ehrlich, was ich... Aber da möchte ich auf jeden Fall auch gerne, dass englische Wörter nicht mehr gegendert werden. Das fände mir lieb. Englische Wörter nicht mehr gegendert, dann nimmt das scheiß Innenen irgendwo hin, wenn es Sinn macht, ne? Aber es soll einheitlich werden, wenigstens irgendwo verankert, damit du wenigstens mal eine Norm hast. Aber ich weiß ganz genau, dass die meisten, gehe ich einfach auch davon aus, das gar nicht so wollen oder wahrhaben wollen oder wahrnehmen, dass es nirgendwo öffentliche Dokumente geben soll mit innen, dass es, also wirklich so jetzt öffentlich-rechtliche, dass auch bei Schulen und sowas das nicht verpflichtend ist, so zu schreiben, das wäre auch schon ganz wichtig. Soweit die Demokratie... Wenn es eine Abstimmung jemals geben sollte, aber ich glaube nicht. Wem sie das machen, obwohl es nicht in der deutschen Sprache integriert ist. Bei einer neuen Forsa-Umfrage kam übrigens... In Deutschland wird weiterhin kontrovers über das Thema Gender debattiert. Laut aktuell RTL-NTV-Trendbarometer stört es fast drei Viertel, 73 Prozent der BundesbürgerInnen... Schöne Ironie eigentlich. Er stört drei Viertel der BundesbürgerInnen, wenn man Genderzeichen wie Sternchen-Doppelpunkt oder eine Pause zur Hilfe nehmen, um geschlechtsneutral zu sprechen. Okay, sie haben dann wenigstens keine Pause oder sonst irgendwas gemacht. Oh Mann, geil. Wenn da jetzt beispielsweise von ÄrztInnen statt von Ärztinnen und Ärzten die Rede ist. Lediglich 22 Prozent der Befragten finden es gut, wenn so gesprochen oder geschrieben wird. Guck mal. Gut, erstens jetzt trotzdem hier gerne eine Quelle, das wäre schon geil. Das fehlt mir manchmal ein bisschen. Hier nochmal direkt, ich komme auf die Quelle, kann es selber nachlesen, damit einfach 100% true ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nach zweimal irgendwas eingegeben, finden wir das so schnell. Oder einfach kurz den Text kopieren ein bisschen. Dann kriegst du wahrscheinlich auch den Artikel dazu. Deswegen, Vertrauensvorschuss auf jeden Fall safe. Wenn ihr was dagegen habt und wenn ihr es nicht findet, sagt Bescheid. Ich schaue extra nach, ob das wirklich true ist. Und da gebe ich euch den Link sogar. Wenn ihr das wirklich meint, es gibt es nicht. Und ihr auch nicht gefunden habt, übrigens. Aber guck mal, das sagt doch schon einiges darüber aus. Warum jetzt bestimmt eine Minderheit verhältnismäßig über die Mehrheit? Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja schon hier komplett damit angefangen, ohne es einen verankert zu haben. Ist doch irgendwie falsch, ne? Das ist genauso, wie wenn ich in den Laden gehe mit vielen Leuten und sage, hey, alles gibt es umsonst. Wir setzen uns einfach durch, weil wir sagen, wir arbeiten auch so schon genügend, jetzt wollen wir die erste Sachen umsonst haben. Fertig. Scheiß auf irgendwelche Regeln. Ja, übertriebenes, überspitztes Beispiel. Und vielleicht auch noch dazu. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist auch raus, dass über zwei Drittel der deutschen Personen keine Lust aufs Gendern haben. Wir bezahlen in den öffentlichen Rundfunk. Eigentlich sollten sie ja schon irgendwo auch das machen, was der Bürger möchte. Nicht zwei Drittel, sondern eher drei Viertel. Ne? Zumindest zum Teil. Und Gendern wird abgelehnt. Warum darf dann eine elitäre Gruppe einfach entscheiden, nö, wir machen das trotzdem? Bei den Öffentlich-Rechtlichen gab es mal eine Diskussion über das Gendern. Und danach konnte man anrufen und abstimmen. Und was kam denn da raus? Gendern finde ich ab jetzt klasse. Hat leider gar niemand ange... Also es hat niemand überzeugt. Boah, das ist schon echt heftig, ne? Es sagt aber schon einiges darüber aus. ...seugt die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf. Schöner finde ich ab jetzt klasse. ...sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen. Ob sich was verändert hat in einem Jahr. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen. Sozusagen wie wir die Veränderung weiterkriegen. Warum soll man die Veränderung weiterkriegen, wenn die meisten die Veränderung ablehnen? Hä? Sollte es denn nicht die Akzeptanz sein, auch mal die andere Meinung zu akzeptieren und sagen, nee, sie wollen das einfach nicht? Dann müssen wir das hier mal dazu lassen. Und da kann man nochmal in ein paar Jahren drüber reden. Würdet ihr das immer noch doof finden? Oder steht ihr jetzt anders dazu? Also anstatt zu sagen, hey, okay, ihr feiert gendern halt nicht so, das ist ja eure Meinung, wird einfach gesagt, ja, also wir müssen auf jeden Fall gucken, wie wir diese Veränderung hinkriegen. Wir müssen alle auf unsere Seite kriegen, denn unsere Meinung ist die einzig richtige. Natürlich sind die Leute dann dagegen und kritisieren das. Hä? Also ich verstehe den Punkt ehrlich gesagt nicht. Aber wenigstens... Ganz ehrlich, das Thema ist ja eigentlich heute nur noch gendern, oder? Also jetzt gerade hier dieses Video ist... Wir haben jetzt schon so viel über Gender geredet. Warum jetzt eigentlich nochmal? Ah, stimmt ja. Komische Personen, die sehr weirde Aussagen treffen. Highly beängstig und Tick-Tack. Haben die Zuschauer richtig Bock bei der Veranstaltung? Ich glaube, ich bin auch... Ich bin fast in so einer sehr safen... Naja, sorry, aber ganz ehrlich, das sagt nichts darüber aus. Sie sind ein Schwänker, du beobachtest die Leute. Sagt halt nichts aus, finde ich jetzt hier falsch. Manche sind am Handy. Übrigens am Handy musste man auch sein, falls man Fragen stellen wollte. Das ging über Tablet und über Abstimmung mit Daumen hoch, Daumen runter. Ob man diese Frage stellen sollte auf der Bühne, muss man auch noch dazu bedenken. Und vielleicht sind sie gerade gelangweilt, weil sie vielleicht schon Ähnlichkeiten warten. Oder weil sie gerade einfach nicht so interessant finden. Weiß der Geier. Aber das würde ich jetzt trotzdem hier nicht im Raum stellen, dass es uninteressant war für die. Junge, wie kann man denn so wenig Lust auf die Veranstaltung haben? Also ich weiß nicht, sind das einfach... Sehe ich halt nicht so. Ich finde der Punkt, der ist auf jeden Fall wack. Der kommt weg. Man will beim Gendern ja erreichen, dass sich jeder angesprochen und in die Sprache integriert fühlt. Das Problem ist, dass wir männliche Formarbeiter und eine weibliche Formarbeiterin in unserer Sprache haben. Hätten wir nur eine Form für alle, gäbe es das Problem nicht. Ja, also wie im Englischen dann einfach, ne? Worker. Ne? Oder Employee. Also wie im Englischen dann einfach. Wie gesagt, ich finde diesen Punkt, na, Tim, den kann man dir auf jeden Fall nicht geben. Sorry, nur weil es gerade so aussieht, als wäre es langweilig. Heißt nicht, dass... Manche drücken auch ihre Gestiken nicht so gut aus, ne? Weil... Wir hören einfach gespannt zu, schauen halt ein bisschen gelangweilt. Das sagt nichts darüber aus. Nur weil wir so empfinden, heißt nicht, dass sie gelangweilt sind auch dazu, ne? Oder Schwulgruppen, die da aus Zwang hingeschickt werden? Oder gehen die da wirklich freiwillig hin? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sie reden auch später über Hass im Netz. Und das wird lustig, denn Freiraum Reh sagt unter anderem das hier. Aber ich krieg kaum Hate-Kommentare tatsächlich. Also sehr, sehr wenig. Ah, also ich glaube auch diese Aussage ist jetzt nicht allzu gut gealtert, um... Äh... Hate-Kommentare würde es ja auch immer sperren. Und übrigens, sie sperrt ja auch Nicht-Hate-Kommentare. Sie sperrt auch Personen, die sie nicht haten. Meiner einer. Ich mach ab und zu mal natürlich einen Witz. Heile ich beängstig, tic-tac, ihr habt es schon gehört. Aber es sind offensichtlich Witze und die sollen nicht persönlich sie angreifen. Es ist halt ein Meme. Du bist im Internet, es entstehen Memes. Das ist aber kein persönlicher Angriff gegen sie. Also bitte. Und wenn man halt dann gesperrt wird wegen etwas, ich hab Heidi, wollte ich verwenden, Heidi, ähm, Heidi beängstigend wegen Waldbaden, weil sie hat Waldbaden das Wort kritisiert. Und ich hab gesagt so, ja, ich find's auch absolut scheiße in der Hinsicht. Und hab gesagt, dann extremly beängstigend dieses Waldbaden. Das war eine Andeutung natürlich auf ihren, äh, heilig beängstigend, äh, aber hab das Wort Waldbaden kritisiert. Dafür wurde ich gesperrt, gebannt, das, das, ja. Man ist offen für Kritik oder man ist, äh, allgemein freier Raum, Safe Space, ja. Ich fühl mich da nicht safe, ich wurde nämlich einfach gleich ausgegrenzt, also danke dafür. Ja, ich steh ja nur für eigentlich jegliche Art von Freiheiten, ne, also. Bin absolut die falsche Person dafür. Interessant, ne. Bei mir ist ein besserer Safe Space. Safe. Ehrlich zu sein, aber was sagen die denn sonst so dazu? Nee, also dein Job ist nicht unbedingt der, dass du übertriebenes Hate Speech bis hin zu, das teilweise auch strafbar so, ne, aushalten musst. Nee, das gehört nicht dazu. Ja, an sich haben sie natürlich recht, niemand muss im Internet Hass über sich ergehen lassen. Ist aber umso lustiger, dass nur ein paar Wochen später Freiraum Reh eine 3 Stunden Hass Reaction über Skurros und mich gemacht hat, wo die ganze Zeit solche Lügen hier gedroppt werden. Ah, fragiles Männer-Ego ist einfach so gebrochen, da ist seit diesem Preis. Seit, seit. Seit, seit Pia diesen Preis gewonnen hat, verhängen sie sich ständig da dran auf, weil dieses Ego scheinbar so winzig ist, wirklich. Einfach Bomben. Emotional Damage. Ja, wie gesagt, das sagt halt eine Freiraum Reh. Ja, vielleicht im großen Teil sagt sie nicht so weirder Sachen, aber in dem Fall hat sie hier den Vogel abgeschossen. Hate Speech. Und das war für mich Hate Speech. Muss man einfach so sagen. Also selber halt auch irgendwo nicht dann mal besser sein. Schade, ne? Bombendrohung mit Tic Tac. Ja, auch weil dieses Ego scheinbar so winzig ist, wirklich. Einfach Bombendrohung mit Tic Tac. Ja, du kannst da so viel reininterpretieren. Es ist einfach nur beängstigend, was der macht. Und dazu gab es ja auch noch etliche Angriffe. Ja, bei Tic Tac mit Sanduhr denkt man natürlich auch gleich daran. Safe. Safe. Anstatt nur aber eine neue einheitliche Form zu erfinden, wäre ich dafür entweder die männliche oder die weibliche Form zu streichen. Und die anderen als neutral für alle zu werten. Das wäre das einfachste mögliche Wandel in der Sprache. Ich würde nun die weibliche Form streichen, weil die männliche Form kürzer ist. An der Kürze liegt die Würze. Fällt mir natürlich jetzt dem Vergleich ein mit dem Doppelmoralischen und seinen Scheinschnitten und den Jungfernquiet. Warum fallen mir die Begriffe jetzt ein? Och Mann. Pizza, Alter, Pizza. Ganz ehrlich, ich will auch nur eigentlich eine Form haben. Mir ist es eigentlich egal. Hauptsache nicht dieses komische Stern oder sowas. Also es sollte einfach nur weiblich und oder männlich geben. Oder wir machen es eigentlich wirklich wie im Englischen. Leute, ich bin absolut dafür, dass wir jedes Wort, das männlich oder weiblich angehören kann, also Arbeiter und Arbeiterin, einfach Arbeiter Y nennen. Einfach nur Y. Einfach an jedes Wort, was man gendern könnte, Y hinten dran. Das ist die neue Einheitsform. Finde ich geil. Ich mag alle Arbeiter Y. Nee, Arbeiter Y. Also wir machen kein ER mehr und kein Innen oder Innen mehr, sondern wir machen Arbeit Y. Arbeiter Y. Ich finde alle Arbeiter Y gut. Ganz ehrlich, die ganzen Schüler Y. Schüler Y. Wie heißt es nochmal, diese Schweizerdeutsch? Wo die immer so witzigerweise so Endungen haben. Ich komme gerade nicht drauf. Die haben so Endungen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich komme gerade letztendlich nicht drauf. Leckerlischüli. Naja, es wäre dann nicht mehr weiblich oder männlich, sondern neutral, ja. Einfach an jedes Wort, das man gendern kann, Y hinten dran. Kein ER mehr, kein IN mehr, sondern einfach Y. Ende aus. Wir machen das eben im Englischen nach. Und da es Y geil ist und ich es gerne immer wieder verkehrt rumschreibe, triggere ich damit jemanden auf jeden Fall. Ja, ich schreibe das Y falsch rum. Habe ich mir irgendwie angewöhnt, weil ich es cooler finde. Wobei ich weiß auch gar nicht mehr, wie man es richtig schreibt. Ich habe schon lange nicht mehr handschriftlich was geschrieben. Willkommen in der Neuzeit. Von ihr schaut dazu einfach mein Video. Ist schon ziemlich lustig, dass das, was die Gäste da gerade kritisieren, sie im Nachhinein die ganze Zeit mit uns machen. Also, was ich kriege, ist Kritik. Das sind dann aber auch so Texte, wo sich jemand erklärt, warum man die und die Aussage jetzt nicht gut fand. Mega. Oder wo er sagt, hey, das sagt man so nicht mehr. Und das sind, ja gut, das sind auch keine Hate-Kommentare. Das sind tatsächlich Sachen, die man sehr gut annehmen kann, wenn sie erklärt sind. Ach so. Okay, das heißt, wenn ich so einen Kommentar reinschreiben würde, würde ich nicht gebannt werden. Diese Theorie müssten wir testen. Habt ihr einen guten Text, wo man sie mal ganz normal sachlich kritisieren könnte mit Erklärung? Das möchte ich mal testen, ohne Scheiß. Auch das ist gewinnungsbedürftig als nur noch Arbeiter oder nur Arbeiterin. Ja. Aber dann kann sich keiner mehr beschweren. Dann sind beide Farben raus. Falsch? Dann kann sich wirklich niemand mehr beschweren. Das ist dann alles eine Kopfsache. Arbeiter, das ist eindeutig männlich. Arbeiterin, eindeutig weiblich. Arbeiterin, Arbeit i, Arbeit i, Arbeit i, Arbeit i, oh Gott, das muss ich jetzt selber üben. Das ist weder männlich noch weiblich. Oder Arbeit x. Wobei, das könnte man falsch verstehen. Arbeit x, ja, Arbeit x, y, x, y, z, x, y, z, a. Kritik ist also gar kein Problem. Ja, das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut. Ist aber ein bisschen komisch, weil auf mein Kritikvideo zum Beispiel bist du ja gar nicht eingegangen, obwohl man ja mal irgendwas hätte dazu sagen können. Hat sie wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das weißt du doch. Und nicht nur das. Jeder, der in deinen Chat kommt und einfach mal nachfragt, wie du denn jetzt dazu stehst oder ob du irgendwas einsiehst, wird einfach direkt blockiert. Wirklich alles, was im entferntesten Sinne irgendwas mit KuchenTV zu tun hat, wird direkt gesperrt. Hat sie vielleicht mal irgendwann mal ein Statement gemacht und die Fragen kamen zu oft rein. Man kann es verstehen, wenn es permanent gefragt wurde, obwohl sie es schon beantwortet hat. Kann man schon verstehen, aber ich glaube, es gab kein Statement dazu. Deswegen, ja, wollen es halt alle wissen. Herr Grüß dich, mein Großer. Nein, noch keine eine Stunde. Wir sind erst bei 54 Minuten. Und nicht nur das. Komm, wir machen jetzt schneller, damit wir noch auf die Stunde schaffen. Ja. Wenn ihr einen Bannungsantrag stellt, dann schreiben die sogar, ja, deine Kritik wird angenommen, aber du bleibst trotzdem gesperrt. Kenn ich, kenn ich, kenn ich. Ich fühle mit... Ich wurde auch da gesperrt. Und ich verstehe es immer noch nicht, warum. Nice, wie du mit Kritik umgehst. Das ist wirklich wunderbar. Ich finde es halt lustig, dass die immer so tun, als wäre man ja voll kritikfähig. Aber wenn man dann wirklich mal einen Fehltritt gemacht hat und der Stream war einfach ein absoluter Fehltritt, dann tut man so, als würde das gar nicht existieren. Man blockt einfach alles ab und geht überhaupt nicht darauf ein, weil... Ich glaube, nicht alle Punkte waren ganz schlecht. Ich glaube, ein, zwei Punkte waren schon irgendwie sinnig und haben Spaß gemacht, das auch anzuhören. Aber die Punkte, wo die jetzt auf jeden Fall angesprochen haben, die waren wirklich... Boah, creepy. Ansonsten müsste man sich ja tatsächlich entschuldigen. Und das kann man natürlich nicht machen, ist klar, weil wir sind die Bösen und das geht natürlich nicht. Das würde ja auch irgendwo Erziehung und sowas zeigen. Manchmal können Leute das ja auch nicht so gut unterscheiden, ne? Dass Kritik zu äußern doch voll gut ist und auch eine Meinung zu haben. Nur halt das so mega gemein sein, mobben oder halt zu diskriminieren, einfach keine Meinung. Wie kannst du dieses Video vor mir anschauen? Ey, wie kannst du es wagen? Ich, ich... Du hättest jetzt hier dabei sein können und wir hätten darüber reden können, ganz normal. Wie perfekt kann man bitte Freiraum und Stoyoka zusammenfassen? USA ist viel krasser. Also ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr viel mehr machen. Viel mehr treffen, viel mehr gegenseitig unterstützen, austauschen, was gerade schwierig ist. Sich austauschen. Ja stimmt, das ist eigentlich wirklich gar keine schlechte Idee, ne? Och nee. Aber es ist ziemlich komisch, weil eigentlich alle aus eurer Bubble wurden mal angefragt, ob die vielleicht mit uns reden wollen, dass wir die Sachen einfach mal vernünftig in einem Talk klären. Wurde aber irgendwie nicht darauf eingegangen. Also Kommunikation natürlich auch nur, wenn man die Leute mag, weil Probleme... Emo und so, ja, da wird einfach alles weggeblockt, viel besser. Am Ende noch... Fail einfach, nur richtig fail. Nochmal zwei Einschnitte, was für heftige, tolle Fragen in diesem Interview noch gekommen sind. Als hätte der Chat es gesagt, Haare färben. Ich meine, ihr seid halt auch alle drei am Start, die Sachen mit... Halt, hier geht es einfach darum, hier noch ein bisschen so random Fragen aus dem Chat zu sagen, nachzuahmen mit diesem Rädchen. Das hätte ich, würde ich jetzt nicht als Punkt wirklich nehmen, weil... Ist ja irgendwo trotzdem ein witziger Einfall, oder nicht? Ihren Haaren machen nur Lieblingszutaten. Es ist ja eindeutig männlich oder eindeutig weiblich, weil es ja nicht eine andere Form gibt. Soll aber nicht heißen, dass ich nicht auf andere Ideen einlassen würde. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt noch nicht überzeugt. Tito. Woher jetzt die Soundeffekte? Tja, wärst du die letzten zwei Male mal da gewesen? Sehr kritisch. Ich muss mal mit euch schimpfen. Wo seid ihr eigentlich die ganze Zeit? Wir könnten hier einen offenen Diskurs führen. Ihr seid hier absolut im Safe Space. Es wird nichts aufgenommen. Okay, das war echt ein schlechter Witz. Aber ihr müsst nur da sein. Bei Raclette. Was ist eure? Ihr seid ja echt Raclette Ultras. Also, an sich kann man ja auch mal die ein oder andere Spaßfrage beantworten. Da bin ich gar nicht dagegen. Aber die Tinkon soll ja irgendwo auch Jugendlichen helfen. Und eigentlich ging es ja auch um Twitch, das Chatting, wie man davon lebt und so weiter, wie man mit Hass umgeht. Und solche Fragen sind einfach super random. Weil, wer soll da irgendwas mitnehmen? Ja, aber es ging ja wirklich, das Rad war ja dieser Random Chat. Im Grunde kommt jemand rein, ey, was meint ihr gerade über Verarben? Vor allem zum Beispiel, Shoyoka hatte ja wirklich gefärbte Haare. Bei ihr könnte schon die Frage mal kommen. Also, von daher... Ja, danke, Maslow, für den Dirk. Schlussendlich, ich finde diesen Punkt, nee, den hätte ich schon nicht kritisieren sollen. Ich finde, das passt nicht. Weil ich, ich habe tatsächlich das erste Mal Kartoffeln zurückgegessen. Und das ist wirklich ein Game Changer, kann ich euch sagen. Insgesamt kann man dazu sagen, dass das Gespräch wirklich peinlich gewesen ist. Gerade mit den neuen Informationen, was Shoyoka und Freiraum Rehn nachdem gemacht haben, macht das Ganze einfach noch viel viel lustiger, weil sie sich da einfach maximal selbst widersprochen haben. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich nehme einfach nur die Klicks mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Natürlich nehme ich auch die Klicks mit. Und ich habe natürlich trotzdem viel Spaß, auch wenn ich mich irgendwie ein bisschen aufrege. Übrigens, hier steht jetzt monetarisiert und grün. Das ist neu, dieses Feature. Kenne ich noch gar nicht. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich fand diese Tinkorn auch sehr, sehr weird. Auch diese, was sie gesagt haben, macht eigentlich wenig Sinn und haben natürlich auch kaum was übernommen. Was will man dazu auch mal sagen? Wenn sie keine Punkte von einem selber nicht nehmen. Naja. Ich glaube, wir reden hier gegen jemand. Wir reden hier einfach gegen jemand. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr bisher geblieben seid. Natürlich haben wir noch die Stunde geschafft. Wir sind nicht auf die Stunde gekommen, wie geil ist das denn? Dafür erstmal vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung. Vielen lieben Dank, dass ihr zuschaut. Na? Komm mal, nochmal ein Danke. Nur für euch. Support. Immer wieder. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Einfach geil. Ihr seid einfach geil. Und jeder von euch. Du geile Sau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.